Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 6. Mai 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 817 und heute habe ich die folgenden Themen. Samsung Pay, Nest WiFi, IKEA Ask Storm, Beleidigung, To-Do, Google Kalender und WWDC. Ich beginne mit einem schönen Thema für alle Leute, die gerne auf ihrem Smartphone und oder aber auch mit ihrem Smartwatch bezahlen. In der Schweiz bekommt Samsung Pay jetzt einen Zugang bei UBS und bei Topcard. Topcard bei einigen von euch wahrscheinlich nicht so bekannt, das ist diejenigen, die unter anderem die Coop-Kreditkarte, die Supercard anbieten. Also Supercard, Kreditkarte, so rum. Und halt eben UBS, die grösste Bank der Schweiz, kommt jetzt auch ab sofort. Heisst ab gestern ist sie mit Samsung Pay da. Das heisst über 5, wie viel waren es? 7,2 Millionen Kreditkarten, die jetzt in der Schweiz über Samsung Pay verfügen können, wenn sie dann ein fähiges Smartphone in der Richtung haben. Also ein Samsung Smartphone oder eine Samsung Smartwatch. Und das finde ich schon cool. Apple Pay wurde ja letzte Woche schon verkündigt, dass wir es bald bekommen. Ich hoffe jetzt, dass dieses bald nur noch ein paar Tage oder vielleicht 1, 2 Wochen sind, bis wir es auch haben. Und dann wird es ganz schön hier in der Schweiz. Ja, fertig der Euphorie. Gehen wir weiter mit einem Google-Thema. Das hätte ich eigentlich gestern schon bringen können, weil ein Gerät, was ich schon seit 2 Wochen vorab testen durfte. Und gestern um Mitternacht ist die Presse oder die NDA gefallen. Wir hätten darüber berichten können. Ging mir leider bei der Aufnahme unter. Mein Blogpost ging aber um Mitternacht online. Es geht um das Nest Wi-Fi. Das Produkt, das Mesh-Set aus dem Hause Google, was jetzt endlich auch in der Schweiz und in weiteren 10 Ländern, ich glaube Österreich, genau Österreich ist auch eines, die das jetzt endlich nutzen können, sofern sie es dann möchten. Wie das Ganze funktioniert und so ein bisschen einen kleinen ersten Eindruck nach den knapp 2 Wochen, habe ich euch verblockt auf dem Pogipsi.ca-Blog. Wie immer in den Shownotes auf daily.geektalk.ca im Web oder im Podcatcher eurer Wahl findet ihr den Link dazu zum Nachlesen. Ein wiederum auch ganz tolles neues Gerät hat IKEA vorgestellt. Ask Storm gibt es in der 32 Watt und in der 40 Watt Version. Die 32 Watt ist eine Steckdosenlösung, das andere ist ein Tischladegerät. Um was geht es genau? Um ein Dual-Ladegerät. Einmal mit USB-A und USB-C und entsprechend viel Leistung oder wenig Leistung, was da durchgeht. Und einmal in der Tischversion, wo es dann zwei USB-A und ein USB-C-Port gibt, um eben Geräte aufzuladen. Ich werde mir auf jeden Fall gleich solche bestellen und bin schon gespannt. Doch, ich habe es gerade gesehen, auf der Schweizer Webseite sind die auch aufgeschalten. 19,95 für die Tischlade-Version und 14,95 für die Steckdosen-Version. In Euronen sind das übrigens 9,90 für die Steckdose und das auf dem Tisch für 19,99 in Euros. Dankeschön, IKEA. Cooles neues Produkt. Weiter geht es mit Twitter. Die testen aktuell wieder mal fleissig, wie so viele anderen auch. Hier kann man in Zukunft gefragt werden, ob man das wirklich abgesendet haben möchte, wenn ihr in einem Tweet euch ein bisschen nicht ausfälliger, aber vielleicht so nicht äußert, wie ihr möchtet. Ich bin mal gespannt, ob sie das auch am Trump testen, weil da wird wahrscheinlich jeden zweiten Tweet, wenn nicht sogar noch mehr, diese Frage kommen. Microsoft hat bei der To-Do-App auf dem Mac ein neues Update rausgehauen, dass man, wenn man es nutzt, unbedingt installieren sollte. Wie ich finde, die intelligenten Listen, welches es schon auf iOS in der Beta-Version gegeben hat, ist jetzt endlich auch auf dem Mac angekommen. Ihr könnt somit eben die typischen auf dem Mac im Finder und überall intelligenten Listen erstellen, wo ihr euch gewisse Dinge anzeigen könnt, wie ihr sie zusammenstellen möchtet. Das finde ich sehr praktisch, wie gesagt, wenn man es nutzt, ansonsten vergesst es gleich wieder. Andere Frage, die man nicht vergessen sollte oder kann, wer Google-Nutzer, also Android-Nutzer ist hier unter unseren Hörern, vielleicht gerne mal ein Feedback. Zeigt euer Logo beim Kalender das aktuelle Datum an? Ich meine, unter Mac OS macht es das schon eigentlich immer, glaube ich, genauso wie die aktuelle Zeit. Ich habe heute auf dem Google-Watch-Blog einen Post gelesen, dass das jetzt seit kurzem tut. Ich habe auf meinen Droiden nachgeschaut, auf den ersten drei, die ich gerade griffbereit hatte, und die hatten das nicht. Also wer es hat, gerne Rückmeldung und dann natürlich auch gerne, was für ein Device und welches Android, respektive welches Überklatsch da drauf ist. Dann hat es gestern Nacht noch oder gestern Abend noch eine Neuigkeit gegeben, nämlich Apple wird am 22. Juni, ein bisschen später als sonst, seine WWDC, die World Wide Developer Conference, durchführen. Eine ganze Woche lang online zusammensitzen mit 23 potenziell Millionen Entwicklern und eben sich austauschen über die neuen Möglichkeiten, die es so gibt. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze dann funktionieren wird. Und ja, geht ja noch ein bisschen, aber auch nicht mehr ganz so lang. Ja, und das war es schon mit den heutigen Neuigkeiten. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. 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 Hört mehr Geek Talk.